Wenn du jetzt Zeit ohne Ende hast, wenn du deinen Hobbys nicht nachgehen kannst, wenn du nicht rausgehen kannst und wenn du einfach dein normales Leben nicht weiterleben kannst und vielleicht immer schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, traden zu lernen, aber bisher immer das Problem war, dass du keinen Bock hattest, viel Geld für eine Trading-Ausbildung auszugeben, dann pausier das Video jetzt, scroll runter in die Videobeschreibung, klick auf unseren Link, dann kommst du auf unsere Homepage tradingdusche.de. Dort findest du eine kostenlose Trading-Ausbildung, denn bei uns gibt es keine Preise, wir sind Trader und keine Verkäufer und das Ganze seit 10 Jahren, 2010 haben wir diesen Kanal gegründet und noch niemals haben wir irgendetwas verkauft und wir haben jetzt die besten Videos aus 10 Jahren Tradingdusche hier im Bereich Jahrhundertchance für dich völlig frei verfügbar auf die Seite gepackt. Einfach auf die Homepage gehen, hier drauf klicken und die Videos angucken. Du brauchst dich nicht anmelden, du brauchst dich nicht registrieren, wir brauchen nicht deine E-Mail-Adresse, wir wollen dich nicht in irgendeinen unseriösen Newsletter rein zwingen. Du kannst einfach auf die Seite gehen und dir die Videos angucken. Also einfacher geht es nicht. Es soll ein Dankeschön sein für 10 Jahre Tradingdusche. Nutzt diese Jahrhundertchance jetzt für dich selber. Du hast wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nie wieder so viel Zeit wie jetzt und vor allen Dingen viele sind jetzt auch zu Hause, auch tagsüber, weil sie zum Beispiel Homeoffice machen und können den ganzen Tag über die Märkte beobachten. Also was bietet sich da besser an, als eine Tradingausbildung zu durchlaufen, das erlernt in einem Demokonto zu üben, zu lernen und mit einem Auge auch die Märkte zu verfolgen, dass man wirklich die Impulse aus der Wirtschaft bekommt und auch mal das Ganze in einem Demokonto live am Platz üben kann, was man vielleicht, wenn man normal wieder arbeiten geht, nicht kann, weil man eben halt nicht die ganze Zeit am Trading sitzen kann, am Rechner sitzen kann und auch am Fernseher sozusagen, NTV nebenbei laufen lassen kann. Also wirklich eine Jahrhundertchance. Dankeschön für euch für 10 Jahre Tradingdusche, für eure Treue. Jeder kann sich die Videos einfach frei angucken. Es sind unsere besten Videos von unserem YouTube-Kanal, aber sie sind sortiert. Sie sind in der richtigen Reihenfolge sortiert, sie sind thematisch sortiert. Guck einfach von oben nach unten in der richtigen Reihenfolge dir alle Videos an, mach die Notizen, üb das Ganze in einem Demokonto und du musst dir die Videos nicht hier auch bei uns auf dem YouTube-Kanal selber zusammensuchen, sondern hier die Reihenfolge. Wenn du darüber hinaus noch Interesse hast, in das Trading tiefer einzusteigen und im Trading zu beginnen, dann können wir dir hier auch unsere komplette Tradingausbildung ans Herz legen. Auch sie ist kostenlos und das seit 10 Jahren, ja. Also über 260 Ausbildungsvideos. Du kannst dort mitmachen ohne Vertrag, ohne Unterschrift, ohne persönliche Daten. Liest ihr das hier einfach durch zur ersten Akademie Tradingausbildung. In der zweiten Akademie, die auch kostenlos ist, geht es um das Thema Finanzcrash. Also einfach mal bei uns auf der Homepage vorbeigucken und dir das durchlesen. Aber als allererstes, geh in den Bereich hier Jahrhundertchance. Da lernst du schon eine ganze Menge. Also für Anfänger wirklich perfekt. Das wird in aufbauenden Stufen erklärt. Vielleicht hast du mit dem Trading auch schon begonnen und hast nicht die Erfolge. Natürlich sind auch unsere Videos jetzt keine Erfolgsgarantie, ja. Also ich denke mal, deswegen gibt es uns auch 10 Jahre, weil wir einfach nicht so unseriös sind und sagen, ja Trading ist hier mal zweimal klicken und morgen kannst du deinen Job kündigen, ne. Also wir ziehen das Ganze schon vernünftig, seriös und, ja, realistisch auf. So, geh hier einfach auf die Jahrhundertchance, guck dir das Ganze an und dann wirst du auch erkennen, wie man traden sollte und vor allen Dingen auch vielleicht, welche Fehler du bisher gemacht hast. Selbst wenn du sagst, das erste Video, mir ein bisschen langweilig, kenne ich alles schon, kenne ich alles schon, guck dir die Videos einmal komplett an. Es sind jetzt auch nicht unendlich viele, guck sie dir in Ruhe an. Vielleicht nicht alles an einem Tag und du wirst am Ende merken, auch schon zwischendurch, hey, das hat ja alles hier Sinn und Verstand, das hat alles Hand und Fuß, das puzzelt sich so langsam zusammen. Dein Bild vom Trading wird sich ändern. Du wirst deine Fehler erkennen, du wirst sehen, was du falsch gemacht hast, du wirst sehen, worauf es wirklich drauf ankommt, wie man an die Sache herangehen sollte. Du wirst sehen, wo es sich lohnt einzusteigen in das Trading, worauf man achten muss, wie man erkennt, ob man an dieser Situation jetzt einsteigen sollte oder nicht. Also das puzzelt sich alles so ein bisschen zusammen und viele haben uns da auch schon ganz, ganz tolles Feedback zu diesen Videos gegeben. Deswegen klick auf den Link in der Videobeschreibung zu unserer Homepage, gehe auf Jahrhundertchance, guck dir das erstmal alles an. Da wirst du schon eine ganze, ganze Menge lernen, dass du im Demokonto jetzt schon mal ein bisschen was machen kannst und dass du nebenbei die Märkte beobachten kannst und dass du auch schon mal ein bisschen Gefühl dafür bekommst, ja wie es ist, am Platz zu sitzen, direkt auch auf News zu reagieren, wie reagieren die Märkte, Chancen nutzen, Chancen erkennen. Ist eine ganz spannende Zeit, die man, wenn man das Glück hat, Homeoffice gerade machen zu können, nutzen sollte. Also Jahrhundertchance. Darüber hinaus, wie gesagt, unsere beiden Akademien, gerade auch, wenn man ganz neu ist, die Tradingausbildung mit den 260 Videos, ist wie gesagt eine Komplettausbildung, auch sie ist kostenlos, ja. Die zweite Akademie baut auf der ersten Akademie auf, also man sollte erstmal mit der ersten Akademie beginnen. Ja, das kurzes Video mal hier, wir bewerben dieses Video auch, es soll ein Dankeschön sein für euch, dass ihr uns schon so lange folgt, aber auch, dass wir auch neue Kreise erreichen, neue Zuschauer erreichen, die uns noch nicht kennen, dass wir auch denen weiterhelfen können. Deswegen bewerben wir das Video jetzt. Wenn du sagst, was nichts kostet, ist nichts, wo ist der Haken, warum macht ihr das alles kostenlos, wer seid ihr, was soll euer Konzept, ich verstehe das alles nicht, haben wir auch dran gedacht, weil diese Fragen kriegen wir natürlich seit Jahren, ist klar, ne. Findest du hier den Bereich über uns, dort erklären wir dir, ja, was unsere Überlegungen dahinter sind, wie wir das ganze Projekt hier auch finanzieren, ja, natürlich wird darüber hier auch gesprochen, aber wir haben das Ganze so aufgestellt, dass du nicht dafür bezahlen musst, also von dir nehmen wir kein Geld, du kriegst nie eine Rechnung, du kannst mitmachen, ja, völlig anonym, ohne Vertrag, ohne Unterschrift, ohne persönliche Daten, einfach hier sich mal informieren in Ruhe, das Ganze mal durchlesen, dann puzzelt sich auch dieses zusammen, warum machen wir das, wer sind wir, was nichts kostet, kann nichts sein, Fragezeichen und warum es uns seit 10 Jahren hier mit diesem Konzept gibt. Okay, also, Jahrhundertchance, das ist dein erster Anlaufpunkt, dann über uns, da hast du schon eine Menge im Bereich Jahrhundertchance, was du dir durcharbeiten kannst, hier lernst du uns ein bisschen kennen und wenn du darüber hinaus noch Bock hast, das Trading wirklich ganzheitlich lernen willst von A bis Z, dann erste Akademie, sie ist aber auch kostenlos. Wir kennen ja auch solche Angebote, hier trag deine E-Mail-Adresse ein, dann kriegst du ein kostenloses Häppchen vorgeschmissen, so, und wenn du dann quasi Appetit bekommen hast, dann will man dir für ein paar Hundert oder vielleicht sogar ein paar Tausend Euro irgendwas verkaufen. Kennen wir ja alles, wir sind seit 10 Jahren in der Branche hier bei YouTube dabei, die ein Haifischbecken ist, nun mal so nebenbei, wir kennen das, ja, aber wir sind anders, bei uns gibt es keine Preise, gab es nie, gibt es jetzt nicht und wird es auch nie geben. Wir haben auch keinen unseriösen Newsletter, wo man dich mit irgendwelchen Erfolgsgeschichten dichtlabert, um dir letzten Endes doch wieder was verkaufen zu wollen. Wir haben einen Newsletter, dort informieren wir dich, wenn wir Livestreamen uns die Zeiten in unserer Freizeit nehmen und deine Fragen beantworten, ja, aber du wirst niemals irgendwie erleben, dass wir dir dort versuchen werden, irgendetwas zu verkaufen. Es ist für viele sicherlich schwierig zu verstehen, guckt auch gerne mal unter, ja, das ein oder andere YouTube-Video, da gibt es immer auch Leute, die sich bedanken und wir machen das Ganze seit 10 Jahren und es ist auch immer ein schöner Moment für uns, wenn wir Leute überzeugen können, die vielleicht uns mal eine E-Mail schreiben, sehr skeptisch sind und wir dann sagen, hey, was hast du denn zu verlieren bei uns? Du brauchst uns nicht mal sagen, wer du bist. Du machst einfach hier mit und wenn du sagst, das ist scheiße, dann hast du null Geld an uns bezahlt, aber die aller, 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 allermeisten melden sich nach dieser Sache bei uns und sagen, danke, danke, dass ihr mich überzeugt habt, danke, dass ich euch gefunden habe und danke, dass ihr mir so eine tolle Trading-Ausbildung kostenlos gegeben habt, dass ich mein Startkapital behalten konnte, dass ich damit arbeiten kann und dass ich das Trading gelernt habe, ohne etwas bezahlen zu müssen. Also das ist der ganz, ganz große Unterschied, weil das Trading-Kapital ist unfassbar wichtig und das kommt auch darauf an, dass man ein gewisses Trading-Kapital hat, um damit vernünftig arbeiten zu können, um auch einen Stop-Loss, ein bisschen Luft zum Atmen zu geben und, 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 das bringen wir dir alles in der Trading-Ausbildung bei, auch hier schon in den Videos Jahrhundertschance, ja. Also das puzzelt sich alles zusammen und das ist für uns selber ein sehr schöner Moment, wenn wieder einer sagt zu uns, hey, danke und ich war am Anfang sehr skeptisch und hab gedacht, hey, da gibt's irgendwelche Haken und ihr wollt mich abziehen oder was auch immer. Das können wir verstehen. Wir sind da nicht beleidigt, überhaupt nicht, weil wir wissen selber, was bei YouTube teilweise abgeht. Natürlich gibt's auch neben uns andere seriöse YouTuber in diesem Bereich. Das, wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, ne, aber es gibt auch, ja, ihr kennt es sicherlich. Es gibt auch viele, die, ja, einfach, ja, ans Geld ran wollen bei euch sozusagen, ja. Das gibt's natürlich auch. Also es gibt immer Licht und Schatten, das kennen wir und deswegen ist es für uns ein sehr schöner Moment, wenn wir das Feedback von euch zurückbekommen und gerade auch von denen, mit denen wir vorher mal ein bisschen Kontakt hatten, die sehr skeptisch waren, das ist ein schöner Moment, immer wieder, auch nach so vielen Jahren noch und wenn die Leute verstehen, wie unser Konzept ist und dass wir anders sind und dass wir wirklich nichts verkaufen und dass sie niemals eine Rechnung von uns bekommen, weil wir überhaupt gar keine Kontaktdaten haben, wo wir so eine Rechnung hinschicken könnten, ja. Und dass es bei uns hier keine Sternchen gibt, dass es bei uns kein Kleingedrucktes gibt, das gibt's bei uns alles nicht. Keine Preise, kein Sternchen, kein Kleingedrucktes, einfach offen und ehrlich steht hier alles, was unser Angebot ist. Dass es kostenlos ist und hier steht unser Konzept erklärt, warum wir das Ganze seit 10 Jahren kostenlos anbieten. Also, lange genug gelabert, aber das sind halt immer wieder diese Fragen und immer wieder diese Skepsis, die uns entgegenschlägt, warum macht ihr das kostenlos? Es kann nur einen Haken haben. Dann sagen die Leute, ja, ich kenn das von YouTube, ich bin auf so viel schon reingefallen und so, ihr seid genauso. Nein, sind wir nicht, ja. Guck dir unser Konzept hier an und du hast nichts zu verlieren. Mach hier mit. Du kannst eine Fake-E-Mail-Adresse verwenden, um mit uns zu kommunizieren. Das ist uns total scheißegal, auf Deutsch gesagt. Aber du solltest unser Konzept, ja, wirklich verstehen, dass wir kostenlos sind. Es gibt bei uns keine Preise. Und wenn du skeptisch bist, mein Lieblingswort, dann geh hier einfach über uns, lest dir das durch, geh auf Jahrhundertchance, guck dir unsere Videos an. Auch hier siehst du schon, wie wir drauf sind. Du wirst hier sehen und lernen, wie wir ticken, was unsere Philosophie ist, wie unsere Einstellung ist. Und wenn du dann sagst, ja, mich interessiert mehr, dann meld dich mit einer Fake-E-Mail-Adresse bei uns. Ist doch scheißegal, ja. Und kannst du auch hier kostenlos mitmachen. Wir brauchen keine persönlichen Daten von dir. Okay, nutzt diese Jahrhundertchance jetzt. Nutzt diese Zeit, dass du zu Hause bist, dass du vielleicht auch keinen Bock mehr auf Netflix hast, dass du ein bisschen produktiv sein willst, dass du die Zeit sinnvoll nutzen willst, dass du was für deinen weiteren Weg machen willst, sozusagen. Und wenn du sagst, das Trading hat mich schon immer interessiert, bloß ich hatte keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben, dann ist das jetzt deine Chance. Du hast die Zeit, du bist vielleicht im Homeoffice und wir reichen dir hier die Hand und sagen, du kannst es kostenlos lernen. So, Jahrhundertchance, das ist dein erster Anlaufpunkt. Jetzt runterscrollen in die Videobeschreibung, dann kommst du direkt hier bei uns auf diese Homepage. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und wir wünschen dir wie immer sehr viel Erfolg beim Trading und freuen uns auf dich hier bei uns dann auch auf der Homepage und in unseren kostenlosen Trading Akademie. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.